willkommen zu einer neuen folge pokémon klo was ein brüller aber mal ernsthaft es ist wieder so weit der 5er raid hat gewechselt regi stil ist fort regi rock ist am start und ihr seht hier gleich den ersten regi rock raid den ich heute gemacht habe viel spaß dabei vielleicht habt ihr auch eingemacht schreibt es mal in die kommentare ob ihr schon eingefangen das ist wenigstens genial weil das kommt ja wenigstens auch auf 3000 das andere natürlich nicht ach so ich müsste auch mal draufdrücken ja das guckt ja sich keiner an und so deswegen natürlich nehme ich wieder meine macho mai armee war was sonst bringt man keine vielfalt rein wozu auch man kann jetzt natürlich seine ganzen regis deal nehmen mit kampfattacken ausrüsten und die reinschicken oder seine ganzen regis und die mit kampfattacken ausrüsten oder mal was anderes obwohl wir sind so viele leute das ist eigentlich wirklich wurscht was du nimmst ich fühle mich so komisch ich musste ich mal hier so im hintergrund filmen da bin ich nicht so alleine ja das muss man es gleich noch mal angucken der kollege heute seine ersten zwei raids gemacht bzw im ersten raid gleich zwei hunderter bekommen auf beiden accounts also so viel glück kann man gar nicht haben und auch noch an der x raid arena im endeffekt auch noch eine einladung jetzt fürs mutter dafür dann ist es mutter noch und dann kriegt er noch ein 100er mutter hinterher geschmissen naja man muss ja auch mal glück haben hast du schon überhaupt ein hunderter legendäres gehabt ein erstes hunderter und auch noch ein legendäres auch noch am ersten tag an x raid arena naja mein erstes hunderter nicht auf meinem haupt account ja auf meinem zeit account war es mein stollos ja gut stollos hast du das entwickelt hochgezogen weil ja da auch nur das hunderter auf über 3000 kommt die anderen nicht weil das erreicht ja genau 3004 hast du stollos wenn du das stollos hoch ziehst ist hunderter auf level na gut du kannst ja nicht auf level 40 ziehen du bist ja nicht auf level 40 aber da kommt genau auf 3004 und wenn es nur 98 hat dann kriegt sie halt die 3000 nicht voll deswegen ist es bei dem am wichtigsten 16 leute haben wir mal luftig drauf erster regiroc raid für mich heute und dann zeigen wir natürlich noch die 200er vom kollegen damit wir mal ein bisschen angeben müssen und damit ich in den videotitel mit reinschreiben kann auch wenn sie nicht meine sind vielleicht guckt sich ja dann jemand an ein ray 200 wie geht denn das ja das sehen die dann schon sehr effektiv sehr effektiv mit was kämpfst du überhaupt des butter gerade des butter ist das effektiv ja hat es und licht oder stein und licht glaube gerade ich kenne mich da leider nicht so aus da muss muss ich andere videos angucken was man noch alles nehmen kann obwohl das mittlerweile auch in den wenn dieses pop-up kommt steht ja eigentlich schon immer alles drin was es für schwächen hat eis wasser sonst was keine ahnung dass die namen stehen ja dann da wenn man es einmal gefangen hat weiß man dann ja was es ist dann kann man es alles nur noch auswendig üben auswendig lernen das hat ja ich glaube 18 verschiedene form 191 übrig jetzt weiß ich nicht ob ich das hinstellen soll irgendwo oder mit einer hand das erste erst mal gucken wie gut es ist was ist das hunder da 17 64 oder 22 05 ja du musst ja wissen oder gibt es schön viele freundschafts punkte dazu wenn es so ist dann ist es so 21 36 21 34 ich stelle das jetzt trotzdem mal kurz hierhin also ja hier so noch mal das dinge dinge ist und es kräft an man kennt ja man muss sich erst mal raus kriegen wann das jetzt angreifen und man nicht das macht ja Ich hab's schon raus. Sobald die Faust komplett vorne ist, würde ich schon werfen. Der hat gar keine Finger an seiner Faust. Blattgefahren. Wie viel hast du? 21,56. 22,05. Besser als meins. Ich hab nur 36. Nur 36. Ich bin zwei Punkte unter dir, schön. Ich fühl mich gedisst. Mit deinen 200. Ich hab nur noch sieben Bälle. Fragen Ramses, ob er es dir fängt. Noch nicht, ich bin gerade dabei. Ich kauf aber immer zu daneben. Bleib doch drinnen, Mann. Einfach Fahrgarten. Der Monat ist ja lang. Da hat man ja jeden Tag einmal die Chance. Ja, ist nicht drinnen geblieben. Letzter Mal. Und wie oft greift der an? Ist heute noch eins? Ja, im Dino ist er gerade noch. Der wird ja nicht oft anzugreifen. Und der Trick mit dem Werfen und einfach fabelhaft funktioniert nicht. So, also bei mir funktioniert er. Nee, der bleibt ja nicht drinnen. Das ist ja auch vom Glück abhängig. Man hat mal gesagt, 100% Fangchance. Ah, den hab ich nicht. Wer sagt sowas? Spiele-Trend. Wer ist denn jetzt noch am Dino mit dabei? Ich. Zu früh geworfen. So, das war's. Also wird's nicht. Letzter Ball. Letzter Ball ist ja nicht so schön. Hat ja 200. Da macht der Harald da auch mit. Ja. Hier vor am Markt. Oh, lande drei Curveballwürfe hintereinander. Sehr schön. Letzter Ball. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich die gedreht hab. Müsst ihr hier beim... Hier? Na, da hatte ich ja Glück, dass ich da gerade mein Dings fertig hatte. Ja, neuer Pokédex-Eintrag. Da haben wir's doch mitgenommen. Und da holen wir uns gleich noch das Pandya ab. Wenn das einmal hier durch Zufall... Ah, läuft's auch noch zur Seite. Wenn das durch Zufall gelöst wurde, läuft's auch noch zur anderen Seite. Ah, Pandya, jetzt reicht's. Eins, zwei... Wie viel ist denn der Hunderter wert für's Pandya? Hm? Für's Paniermehl? Weiß ich nicht. Darüber bin ich nicht informiert, weil's unwichtig ist. Hier ist ein Schmerbe. 450. Dann aufnehmen, Verteidigung, 15. Okay, passt. Bam. Neue Feldvorschung. Dann sind drei Curvebälle hintereinander. Das ist Pandya, oder? Ja. Jetzt wollen wir noch mal kurz den Kollegen abfilmen, weil der ja diese 200er heute mitgenommen hat. Mal kurz, dass der das zeigt. Und dann, dass man das auch wirklich glaubt, dass das kein Geflunger ist. Ja, warte, ich muss noch mal kurz den Spot anmachen. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind also der Werte Herr mit dem vielen Glück. Haben Sie schon mal überlegt, Lotto zu spielen? Ne. Glücksspiel unter 18 ist untersagt. Ja, Pokémon geht ja glaub ich ab 14 oder so, deswegen. Ja, mach mal doch, guck. Wir gehen erst zum Dino. Wollen wir es danach mal? Eigentlich ja. Mir ist es egal. Ja, dann steigen wir halt schnell ein und flitzen da hoch. Gut, wir sehen uns gleich wieder erst mal zum Dino. So, wir melden uns noch mal kurz zurück. Wir wollten euch ja vorhin den Kollegen zeigen, der die 200er gefangen hat. Gleich bei seinem ersten Regirock-Raid am Schwimmbad an der X-Raid-Arena. Und da sitzt er, den seht ihr nicht, den sehe nur ich. Aber ich blende mal um und wir zeigen natürlich die Regirocks, die er gefangen hat auf den zwei Geräten. So, guten Tag erst noch mal. Also 17,64 ohne Boost. 17,64, genau. Kann man hier auch noch mal sehen. 100 Prozent. 15, 15, 15. Das ist doch eine Granate. Und auf dem Handy auch noch mal auf dem Endaccount ist halt ein Apple. Kannst du nicht kleppen, ist ja scheiße, aber man sieht. Man sieht ja die gleichen WP, passt wunderbar. Und das Teil ist natürlich wenigstens korrekt, weil das kommt natürlich auch über die 3000, nicht so wie Regi-Stil, der war ja wirklich nutzlos. Aber den würde ich auch hochziehen, wenn ich da ein gutes habe. Deswegen, coole Sache. Ich hoffe, ich kriege natürlich auch noch sowas. Ihr könnt mal drunter schreiben, wie euer Tag verlaufen ist. Habt ihr ein Regirock bekommen? Habt ihr ein gutes bekommen? Was ist euer höchstes bis jetzt? Und ja, wie findet ihr Regirock allgemein? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.